So, wir sind wieder auf der Velouroute de Linn, auf einer alten Bahntrasse. Wir sind beim alten Bahnen vorbeigefahren. Hier überqueren wir gerade vielleicht die Linn, ich weiß es nicht. Und so sieht das hier aus. Richtig schick, sonnig, kalt, aber gut. Ah, da kommt ein alter Bahnhof. Sehr schön. Und wir fahren hier weiter. Wunderschöne Strecke. Obwohl ich ja dafür warten, Zug zu warten, aber... Ne, nix mit Zug. Wir fahren. Hier können wir Pause machen. Oh, hier eine große Liniewiese. Nö, dann will ich das auch nicht. Weiter. Okay. Und Raps. Gut, was geht aus? Noch ein Bahnhof. Auf unserer Strecke. Noch eine Liege. 3, 2, 1, Raps. Aber die halten. Das ist ja echt super. So, hier machen wir jetzt Pause. Sind die nicht geil? Und die Sonne scheint gerade, Leute. Na ja, gleich ist sie weg, aber die kommt gleich wieder. Die kommt gleich dann wieder. Das ist doch gut. Kann ich mein Brot nehmen? Hier habe ich nämlich ein Brot. Und was trinken. So, guck mal die Kamera. Oh, es ist richtig schön hier. Und die Sonne scheint. Endlich. Wo ist der Peter? Komm, bitte, bitte. Ja. 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 Guten Tag. Guten Tag. Oh, da kommt ein Stoppschild. Von Autos. Oh, jetzt haben wir auch nur noch. Wie viele Kilometer noch? Neun? 8,81 Kilometer. 8 Kilometer. Und wir haben eben ein schönes Nickerchen auf diesen Stühlen gemacht. 8,81 Kilometer. Ach, das sind ja neun. So. So. Ah, wir sind noch gerade noch mal. Oh. Attention, parce que, regarde, y a d'autres Velo qui arrivent. Et toi, Mignon. Wollt. Big Promo. Was ist der Big Promo? Weiß man nicht. Hat aber anscheinend auch auf den Donntag. Ah, das ist der Blues. Wollt. Schick, schick. Okay. Huh? Was da? Heldchen, ich hab mal. Da ist auch irgendwas Hallo Hallo Was ist da denn los? Da angeln sie alle oder was? Ja wie schon Die große Angelwette fährt Was? Die große Angelwette fährt Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen Unser tollen Radstrecke Gleich gehts weiter Da gehts gar nicht mehr weiter Da müssen wir mal abbiegen So gut Dann kommen wir um die Ecke Und dann sehen wir sowas Wahnsinn